Wir beide schauen uns jetzt gemeinsam an, was du alles brauchst, um dein perfektes Bild herzustellen. Als allererstes einen harten Untergrund, in den du auch gut reinschneiden kannst. Ich habe eine HDF-Platte aus dem Baumarkt gewählt. Dann brauchst du natürlich als nächstes einen Untergrund für dein Bild. Hier habe ich eine MDF-Platte in Größe B bei uns aus dem Webshop genommen. Dazu passend, weil ich das Bild quer aufhängen möchte, 15 cm lange Leisten zum Anbringen. Anbringen tue ich die natürlich mit meinem Lein und, damit sie auch wirklich perfekt und gerade sitzen, mit meiner Schablone. Als nächstes bringst du dann ja deine Klebefolie an und da hast du mehrere Möglichkeiten. Und zwar kannst du das mit der Luxusvariante unserer Rolle machen oder eben auch mit einem Rakel. Oder wenn du nichts von all dem gerade zur Hand hast, geht ein langer Gegenstand auch sehr gut, der glatt und eben ist, den man gut über die Folie schieben kann. Genau. Nicht zu vergessen, ganz ganz richtig, immer dein Cuttermesser da haben. Und zwar am besten mit einer frischen Klinge, damit das Ergebnis auch wirklich richtig gut wird. Sehr wichtig, was ich immer dabei habe, was man wirklich nicht vergessen sollte, ist ein Blatt Papier. Und natürlich nicht zu vergessen, wo habe ich es denn? Zu guter Letzt dein Motiv, das du anbringen möchtest. Dann hast du alles da und kannst loslegen. Dann hast du alles da und kannst loslegen. Dann hast du alles da und kannst loslegen.